Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 im Singleplayer-Beugt hier auf der Schönenhof-Berg-Warm mit einem wunderschönen guten Tag und tschüss. So, ich bin in der Zwischenzeit dabei, hier den Drescher abzutanken und ja. So, jetzt fährt er natürlich wieder weiter, so, wartet kurz, so, dann weiter. Abdanken. So. So, dann den schnell einsteigen. Können wir den schon wieder zurückbringen oder wartet, ich werde kurz den, ähm, Strohsamel einstellen. Hier ist er. So. 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 Jetzt müssen wir noch den Ort finden, wo er aufgehört hat... Ah, hier. Und dann ja. Was machst du hier? Nee, du bleibst jetzt schön hier. So. Machen wir wieder zurück. Hier bist du zu Hause. Jetzt funktioniert es. So. Dann bringen wir da schnell ins Lager. Und dann schauen wir weiter, ob der schon wieder zum Abdanken ist. So. 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 Aber jetzt momentan, oh Gott haben wir ja auch ausgemacht. Ja egal. Verbraucht noch. Was können wir da weil machen? Mieten wir uns noch einen Drescher. Oder wartet kurz. 107.000 Stroh haben wir schon. Ja ich glaube das reicht momentan. Da sind noch 2500 drin. Und das was da noch rumliegt. Ja da werden wir auf knapp 115.000 kommen. Ich glaube das reicht und dann schauen wir mal was wir machen können. Pflügen können wir eigentlich an machen oder? Pflügen an Kalken an was? Können wir eigentlich mit dem hier schon mal. Aufs Fert fahren dann können wir wieder dreschen und ja. So. So. Ah das wollte ich jetzt nicht durchs Feld fahren aber. Das ist Fakt. 3. 3. 4. 4 Vorgebände. Und ja. Speichern. F3. Pflügen. 5. 5. 6. Peichern. 7. 8. 9. 9. 9. 10. 9. 10. 11. Dann schauen wir mal weiter. So schnell Screenshot für Thumbnail machen. So. Dann. Ja. So meine lieben Freunde wenn es euch gefallen hat das like nicht vergessen schaut zur nächsten Folge vorbei und abonniert den Kanal wenn ihr es noch nicht getan habt schreibt dann halt einen Kommentar haut rein und bis zum nächsten mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.